Es gehört zu den Absurditäten unserer Gegenwart, dass derselbe Staat, Russland, der sich da unten vom Rest der Welt abgewandt hat, hier oben noch ganz gut zusammenarbeitet mit anderen Ländern, mit den USA und im Moment auch mit Deutschland. Auf der internationalen Raumstation zumindest der ISS, 400 Kilometer über dem Krieg. Doch seit dem russischen Angriff auf die Ukraine fehlt dieser Mission etwas von ihrer Schwerelosigkeit. Denn Moskau hatte zu Beginn des Krieges damit gedroht, die Raumstation abstürzen zu lassen. Trotzdem gingen heute drei neue Kosmonauten an Bord. Verena Bünden. Die russische Soyuz-Kapsel im Anflug auf die internationale Raumstation. Es ist der erste Teamwechsel seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Als die Luke aufgeht, große Überraschung. Statt der sonst blauen Uniform tragen die russischen Kosmonauten gelb-blau, zufällig die Landesfarben der Ukraine. Wirklich zufällig? Die herzliche Begrüßungsszene im All führt zu irdischen Spekulationen. Ist die Farbwahl versteckte Solidarität mit der Ukraine? Oder das Gegenteil? Symbolisiert sie Russlands Anspruch auf das Nachbarland? Auch von der russischen Bodenstation kommt die Frage nach dem dominanten Gelb. Es hätte sich so viel gelbes Material angesammelt. Man habe das aufbrauchen wollen, antwortet Kosmonaut Achtemjev. Russlands Raumfahrtagentur Roskosmos teilt mit, die Anzüge seien schon vor sechs Monaten geschneidert worden. Spott gibt es von Behördenchef Rogozin. Manchmal bedeutet Gelb einfach Gelb, schreibt er. Die Kosmonauten hätten die Farben ihrer Moskauer Universität gewählt. Viele Spekulationen, nur eine Gewissheit. 400 Kilometer über den Konflikten der Erde scheint die Stimmung freundlich.